... mit dieser Innenposition, aber das muss behaupten. Aber genau, das war der Kose. Erste Position. Innen war besser für Juice, aber dann sieht es wieder nicht so gut. Dadurch hat Traveschi ihn jetzt sehr aktiviert. Da ist es besser in der Position. Und da, hinten, der erste, der erste, der erste, der erste, der andere, der andere, der andere, der aufwärtskollegger ist, in die Boxbergasche hineingefahren, aber nicht zu seinem Team, da hat es der wieder hinten angestellt, und zwar Milos Pavlovic. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Copyright Untertitelung. Vielen Dank.